Liebe Freunde der Natur, neulich konnte ich an der Eis-Nordsee ganz besondere Vögel beobachten, und zwar Steinwälzer. Brüten tun die Freunde im hohen Norden. Für sie ist die deutsche Nordseeküste der Süden, sodass sie dort gerne den Winter verbringen. Namensgebend für diese tolle Vogelart ist die spezielle Technik der Nahrungssuche. Sie wälzen Steine und Muscheln um, um unter diesen dann Fressbares zu finden. Schaut mal bei Weigels Wilde Welt auf YouTube vorbei. Ich freue mich auf euch. Wenn ihr Lust auf spannende Abenteuer in der Natur mit Humor, Begeisterung und absoluter Leidenschaft habt, seid ihr dort genau richtig. Euer Tommy von Weigels Wilde Welt